Das Reisen mit der Bahn wird oft zu Unrecht als langweilig und vor allem langsam abgetan. Dass die Preise mit dem Flugzeug oft nicht konkurrieren können und dass das eigene Auto immer das flexibelste Verkehrsmittel bleibt, ist kein Geheimnis. Doch manchmal kann die Langsamkeit und der gewisse Charme der Bahn das eigentliche Ziel der Reise sein. Dies ist der Bericht über den Ulmer Spatz. In den 50er und 60er Jahren begann die Ära der Schienenbusse der Waggonfabrik Uerdingen. Insgesamt verrichteten über 3000 Stück dieser Low-Cost-Fahrzeuge ihren Dienst bei der Deutschen Bundesbahn. Wegen ihrer geringen Betriebskosten galten sie auch als Retter der Nebenbahn, da so auch wenig rentable Eisenbahnstrecken nicht stillgelegt werden mussten. Unsere Suche nach einem ganz speziellen Schienenbus beginnt in Baden-Württemberg, genauer gesagt in Schelklingen, ungefähr 20 Kilometer westlich von Ulm. Schelklingen liegt im Alp-Donau-Kreis und ist trotz seiner eher geringen Einwohnerzahl sehr gut an das Bahnnetz in Richtung Ulm, Sigmaringen und Memmingen angeschlossen. Hier treffen wir auch schon auf den ersten historischen Zug. Ein MAN Schienenbus der Schwäbischen Alpbahn aus dem Jahre 1961, der besonders gerne von Touristen und Fahrradfahrern genutzt wird. Wir folgen der alten Bahnstrecke und lassen uns noch ein Stückchen weiter nach Westen fahren. Die Reise in diesem Zug endet nach ungefähr 40 Minuten in Münsingen, im Zentrum der Region Neckaralp, mitten im Biosphärengebiet der Schwäbischen Alp. Hier wartet unser heutiges Tagesziel bereits auf uns, der Ulmer Spatz. Dieser Sonderzug aus gut erhaltenen und liebevoll restaurierten Schienenbussen aus Uerdingen ist dem Engagement des Vereins Schienenbusfreunde Ulm zu verdanken. Mit viel Liebe betreiben die Mitglieder ehrenamtlich als Lokführer oder Schaffner diesen Zug, der hauptsächlich an Wochenenden in den Sommermonaten zwischen Ulm, Münsingen und dem Endbahnhof von Kleinängstingen pendelt. Die letzten 40 Minuten bekommt man einen Eindruck des Reisens längst vergangener Tage und versteht auch, wieso die Schienenbusse wegen ihrer lauten Fahrgeräusche und der damals charakteristischen roten Lackierung liebevoll rote Brummer genannt wurden. Die ersten Fahrzeuge, die der Verein bekam, fuhren als Chiemgaubahn zwischen Aschau und Prien in Oberbayern. Das typische rote Lackierungsschema des bayerischen Personennahverkehrs wurde 1987 durch die Farben Mint, Türkis und Grau ersetzt. Insgesamt besitzt der Verein sieben Fahrzeuge. Zwar ein Motortrieb Wägen, ein Steuerwagen und vier Beiwägen, die als Hommage an die Chiemgaubahn noch immer die alten Farben tragen. Seinen Namen verdankt der Ulmer Spatz übrigens dem Wahrzeichen der Stadt Ulm. Im Jahr 1998 wurden die Uerdinger Schienenbusse offiziell durch den Oberbürgermeister von Ulm auf diesen Namen getauft. Obwohl die Züge von Enthusiasten und Liebhabern betrieben werden, gelten die Tarife der Deutschen Bahn. Für einen Tagesausflug bieten sich für einen Einheimischen zum Beispiel das Baden-Württemberg-Ticket an. Touristen aus anderen Bundesländern können den Ausflug zum Beispiel mit dem schönes Wochenende-Ticket bewerkstelligen. Die genauen Fahrzeiten für den Ulmer Spatz und den immer entschiedenen Bus sind auf der Webseite einsehbar. Es gibt Züge, die vielleicht nur ein Verkehrsmittel oder eine Verbindung von zwei Städten sind. Es gibt aber auch Züge, die als kleines Fenster fungieren, das uns einen Eindruck vom Reisen in früheren Zeiten geben kann und beweist, dass Bahnfahren auch Spaß machen kann. Der Ulmer Spatz ist ein solcher Zug. Untertitelung des ZDF für funk, 2017